Walter Benjamins Essay zur Kritik der Gewalt erschien 1918, das heißt lange nachdem literarische Texte wie bei Schiller und erste experimentelle Sozialforschung wie bei Lombroso in Europa zum Verständnis des Phänomens des Verbrechers als solchen beigetragen haben. Benjamins Essay steht erkennbar stark unter den Einwirkungen des Ersten Weltkriegs und seiner zum Programm erhobenen idealisierten und glorifizierten Gewalt. Zudem ist Benjamins Gewaltkritik als Antwort auf Georges Sorel Reflexion sur la violence von 1908 zu verstehen, welche Gewalt generell positiv konnotieren und als Garant für den Erhalt der Sitten legitimieren will. Deutungsoffen bleibt bei Sorel die Rolle des Gewaltakteurs, des Täters, des Verbrechers, dass Sorel, der dem philosophisch-politischen Syndikalismus zuneigte, Gewalt eher in der Sphäre des Politischen anordnete und weniger den individuellen Einzeltäter meinte. Obgleich es schwierig bleibt, Benjamins philosophischen Standpunkt hinsichtlich der Gewalt und ihren Akteuren treffend einzuordnen, wie sein Biograf Jean-Michel Palmier 2006 zugibt und hier zwischen Erkenntnistheorie, Theorie der Literaturkritik und Geschichtsphilosophie oszilliert wird, bleibt sein Essay zur Gewalt weiterhin eine Provokation, gerade hinsichtlich der potenziellen Täterglorifizierung und der ihr zugrunde liegenden Mechanismen. In diesem seit Erscheinungsdatum zum Bestseller etablierten Text Europäischer Gewaltforschung versucht der Intellektuelle unter anderem auch Antworten auf die Frage zu finden, weshalb das Verbrechen und der Verbrecher, also der Täter, die Menschen derart langanhaltend fasziniert und was seine Anziehungskraft eigentlich bedingt. Benjamin schreibt seine Täterkritik vor der Ära der großen Kriegsverbrecher, vor Hitler, Stalin und Pol Pot. Seine Ausführungen richten sich rückblickend auf kriminalpsychologische Fälle und vorwärtsblickend mit rührender Humanität, auf eine friedliche Zukunft der Menschheitsfamilie. Benjamins kritische Thematisierung des sogenannten großen Verbrechers hat in seinem Essay bezeichnenderweise einen exponierten Platz zwischen seiner eher beschreibenden Unterscheidung von verschiedenen Gewaltarten einerseits und der teleologischen Bestimmung von Ziel und Sinn der Gewalt andererseits, die dem Philosophen zufolge strukturerhaltend sein soll. Judith Butler bemerkt, dass Benjamin sein Hauptinteresse auf die sogenannte legale Gewalt und unter welchen Bedingungen sie ausgeübt werden darf, richtet. Insofern ist der Verbrecher der Gegenspieler dieser legalen Ordnung, der oder das Illegale per se. Im Folgenden sollen wir sehen, innerhalb welcher zeitgenössischer oder tradierter Definitionen von Gewalt sich Benjamins Tätertypus einordnen lässt und welche philosophische Bedeutung diese Einordnung für das Rechtsverständnis allgemein und die Dynamik von Stigma und Norm enthält. Zwei berühmte Autoren widmen sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ausdrücklich den Verbrecher und möglichen Gründen seiner faszinierenden Ausstrahlung. Walter Benjamin und Wilhelm Reich. Beide setzen hierbei Gewalt und Verbrechen und ihre Verbindung bereits als ein Faszinosum voraus. Ihre Spekulationen über mögliche Gründe dieses Faszinosums, dass Benjamin einmal, Zitat, die Sympathie der Masse gegen das Recht genannt hat, unterscheiden sich jedoch erheblich. Und nicht nur dahingehend, dass Benjamin mit seinem Transzendenz offenen Deutungsrahmen, wenngleich dieser sich für den Leser als notoriously difficult erweist, wie Judith Butler meint, die potenzielle Rolle des Religiösen anders auffasst wie der Atheist Reich. Reich hat die auf die menschliche Vorstellungskraft einwirkende Faszination des Verbrechens, personifiziert im Verbrecher selbst, im Schreckensjahr 1933 in seinem gesellschaftskritischen Werk »Die Massenpsychologie des Faschismus« treffend herausgestellt. Der Psychoanalytiker und kritische Freud-Schüler Reich sieht hierbei den Gesetzesbrecher als psychisch gestörte Persönlichkeit, welche das Verbrechen als Ventil für Aggressionen benutzt und gelangt von dieser individual- und differenzialdiagnostischen Aussage zu allgemeinen Betrachtung über die gesellschaftlichen Umstände, die an der Sozialisation des Verbrechers mitwirken. Der Verbrecher sei hier primär der natürliche Mensch mit seiner Neigung zu Impulsivität und Eskapaden, während der Asket der vermeintlich brave Bürger mit entsprechend starker Affektverdrängung sei. Der Verbrecher breche offen Regeln, während der Asket sie dem Anschein nach befolge, um sie im Verborgenen doch zu hintergehen, kurz der Asket Berge in Wahrheit nach Reich, ein hohes Potenzial unterdrückter Subversivität und Feindseligkeit, das sich vermittels radikaler politischer Ideologien und religiösem Fanatismus Ausdruck verschaffen könne. Reich betont sogar in einer asketischen Gesellschaft »Blühen Hysterie und Neurosen« und der Asket sei gleichsam der latente Verbrecher, jederzeit bereit zum Schädigen seiner Mitmenschen und heuchlerisch um sein eigenes Ansehen bemüht, während der tatsächliche Verbrecher psychisch weitaus gesünder und authentischer sei. Die Entlarvung überangepassten Verhaltens als Kehrseite eines potenziell feindseligen, aggressiven Charakters ist indessen keine Neuentdeckung Reichs, sondern bereits in Friedrich Nietzsches »Frühenschriften« enthalten, wenn dieser insbesondere dem Katholizismus eine Scheinheiligkeit vorgeblicher Askese nachsagt, welcher es den Gläubigen erlaube, mittels der Beichte ihre alten Sünden wegzuwischen und dann guten Gewissens neue Sünden zu begehen, während des gesamten Vorgangs jedoch in einem Zustand der Selbsttäuschung völlig überzeugt von der eigenen Integrität zu bleiben. Reich geht jedoch weiter, als es dieser allgemeinen kritischen Betrachtung Nietzsches Vermögen, denn er sieht die Religionen, plural alle Religionen, schlechthin als Kanalisationsinstrumente von menschlicher Feindseligkeit an und die Askese als Gegensatz des Vitalen, des Gesunden, als Gärboden der Aggression und des Verbrechens.